Ja, meine Freunde, willkommen zurück hier bei Let's Play The Forest. Ja, in der letzten Folge waren wir noch hier in dieser Höhle. Da war ja dieses Lagerfeuer unten und dann haben wir die Folge beendet. Ja, ich bin dann an dem Seil, was ein Stück weit da vorne war, rausgeklettert und wir sind gar nicht mal so weit weg von dem Höhleneingang. Wenn ihr das jetzt hier... Ich hab auch rausgefunden, wie man zoomen kann mit STRG auf der Karte. Wenn ihr das so seht... Ja, hier sind wir jetzt, wo wir sind und... Wart ist das jetzt, wenn ihr auf den Bildschirm guckt? Rechts neben mir. Also wenn man raufguckt, rechts von mir ist ja der Eingang. Das war da vorne. Ist gar nicht so weit weg und wir sind auch nah an unserer Heimat dran. Ich möchte jetzt allerdings erneut in eine andere Höhle gehen. Und zwar... Welche war das? Die dort oben. Ja, gerade über mir fast. Meine Pflanze entdeckt. Ja, ich bin da schnell raus aus der Höhle und habe mir schnell ein kleines Shelter gebaut, damit ich speichern kann, weil ich merke hier, mein Rechner ist schon wieder ganz schön warm und eventuell... ...könnte der dann bald wieder crashen. Letztes Mal war der auch ganz schön warm. Und das, obwohl so ein fetter Lüfter da drin ist. Ja, moi. Da sagen wir mal nichts zu. Ähm, gib mir mal... Mann, den Stick will ich. So, ich, äh... ...könnte mir hier mal... ...ein paar Beeren. Pastickis. Oh, ein Bein. Oh, scheint noch ein frisches Bein zu sein. Frisch aufgestelltes Ding. Mich interessieren trotzdem nur die Sticks. Meine Güte. Danke. Und dann schauen wir mal. Hier hat sich auch nicht viel verändert in dem Dorf, ne? Ja, hier. Zwei Hütten, ein Stuhl. Fuel kann man hier jetzt finden. Alles klar. Aber, ja, ist jetzt nicht sonderlich spannend. Ähm, wir gehen weiter. Oder wir gehen zurück. Könnte man auch sagen. Wie gesagt, in der Höhle Nummer 9 soll sich... ...die Kletteraxt befinden. Und in der Höhle Nummer 9 waren wir halt schon heute. Drinne. Das ist die Höhle, in der ich am Anfang der Aufnahme war. Dürfte diese da hinten sein? Weil ich dort ja ein... Oh, nein. Die da. Genau. Ähm, dürfte die da hinten sein? Ah, ne, guck mal. Hier ist... Okay. Das ist Billig-Shelter. Also die da hinten dürfte das sein. Da haben wir... Da hab ich ja eine Base gebaut. Also eine Hütte gebaut. Oder ein Shelter. Wie ihr es nennen möchtet. Und da soll Cave 9 sein. Da gehen wir jetzt also hin. Komm, der war doch voll getroffen. Ähm. Ja, vielleicht können wir da nochmal ein Schneebiom... ...und so ein Wildschwein gönnen. Und ja, dann werden wir wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme auch wieder zu Hause sein. Seht ihr das da drüben? Alter, ist die schnell! Das ist doch keine normale Virginia. Jetzt bin ich mal neugierig. Wenn sie uns erwischt, schlade ich neu. Die war ja mal richtig fix unterwegs. Die Frage ist, wo ist sie hin? Ich mein, die laufen auch nur so fix, wenn sie was gesehen haben, ne? Oder war das ne... Ne, besondere sind halt diese blauen Virginias. Die ist einfach verschwunden? Wie krass war das denn bitte? Na gut, bevor Virginia jetzt nochmal auftaucht... Die hat einfach Highspeed-Mode angemacht. Highspeed-Mode C! Äh... Apropos C! Wir speichern mal hier auf Tag 43 nochmal. Ja, so viel speichern wie nur geht. Und dann gehen wir nochmal hinein in diese Höhle. Oh, in irgendeiner Höhle haben wir jetzt auch noch ein Lagerfeuer zu liegen. Was, äh... Ein Stock benötigt. Könnte diese Höhle hier sein. Wobei, ich glaub nicht, dass die das war. Ach, wirkt auch schon wieder... Übelst die Nase. So, und die steckt da halt hier in der Wand drinnen auf dem Bild. Wisst ihr was? Wir haben eben gespeichert. Ähm... Cool. Ah, das ist ja cool. Immer kurz so unter Wasser gucken. Ah, wie übelst die Lampe. Wie krass ist das? Lol. Da hängt einer. Der sieht aus wie so ein Kletterfuzzi. Oh, da sind schon wieder welche. Da ist ein Skinny-Mutant. Weißt du, was ich auch mal nehmen möchte? Das ist fucking Katana. Ah, ich hab fucking Mutantenhaut. Wir haben die hier einfach niedergemetzelt. Wow. Wow. Die haben uns ganz bisschen... Ganz, ganz bisschen... Leben abgezogen. Machen wir hier kurz Licht. Hapf! Hör auf zu niesen, Katze! Oh, dann können wir uns hier noch ein paar Knöchlein sammeln. Und ich kann den Lohich hier mal schnell grillen. Und hier drauf lag noch einer, ne? Alter, ist das dunkel. Da. Öh! Nimm mal deinen Arsch weg, Junge. Puh! Oh, okay. Interessant. Da ist schon der erste kaputt gegangen. Äh, in der anderen Höhle war ja auch ein... Foto. Das konnte ich komischerweise nicht aufheben. Ähm... Ähm... Ich hab keine Fehler in. Ähm... Ähm, der durch braucht ganz schön lange. Durch! Okay, der Lohch ist fertig. Ähm. Wir hinterlassen keine Spuren. Brennt. Ihr Bitches. Okay. Ähm. Geht's auf jeden Fall weiter. Oh, ich kann sogar noch auf den Rumknüppel nebenbei. Mehr Feuer! Da ist der erste zerschellt und der zweite. Kann man mit Knochen noch irgendwas schönes machen? Oder nur Knochenpfeile und Knochenrüstung? Mehr nicht. Ah, gut. Wir kommen hier jetzt nicht mehr raus, ne? Außer wir können klettern. Habe ich noch? Ich habe diesen scheiß Scuba-Tank noch wieder an, ne? Äh, wie viel Prozent hat das Ding noch? 16. Handgemachter Bogen mit Lichtketten. Wie mache ich denn einen modernen Bogen? Äh, okay. Okay. Ich habe die Kletterachs gefunden. Die ist da unten drinne. Seht ihr sie? Da? Da ist sie. Kann mir mal einer erklären, wie ich da runterkommen soll? Wahrscheinlich betritt man... Alter, ist das laut. Diese Höhle auch von einem anderen Punkt aus. Hä? Da musst du ja auch hin. Nee, da musst du nicht. Oh, guck mal. Da sind Babys. Ich ziehe gleich meinen Katana und dann gehen wir da runter. Warte. Äh. So, komm. Komm, ich hole jetzt hier. Flieht, ihr Narren! Oh, er lebt noch! Gib mir deinen Tarn! Hund! Wo? Wo? Fucking Baby! Oh, die Kettensäge! Ja, die können wir uns jetzt mit der Kletterachs nämlich auch holen. Und wir haben etwas Neues auf der To-Do-Liste. Äh, finde Timmy, finde einen Weg in den Kessel. Finde einen Weg, die Felswände heraufzuklettern. Haben wir damit geschafft. Äh, dafür haben wir jetzt die Kletterachs. Das ist nice. Ähm. Es gibt auch jetzt eine Menge Orte, die wir jetzt, äh, aufsuchen können. Also, Höhlen, wo wir schon waren. Ja, einmal die mit einem Arm, sie. Und, oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, was zur Hölle ist das? Leute, die Folge ist gleich wieder vorbei und ich habe noch nicht gespeichert und mein PC... Naja. Äh. Hier müssen wir definitiv tauchen. Oh, neues Outfit. Ähm. Ich mache mir mal hier... ...auf jeden Fall so ein Speicherteil. Falls etwas passiert, können wir hier nämlich weitermachen. Tag 44, kann weg. Gut. Dann gehen wir mal ins Wasser. Meine Frage unter anderem, lädt sich das Ding von alleine auf? Ah, okay. Es geht hier also wieder hoch. Ähm. Habe ich das Ding jetzt aufgefüllt? Ich habe das Ding jetzt aufgefüllt. Okay. Und hier ist auch wirklich nichts im Wasser. Alles klar. Gut. Dann kann ich hier jetzt wieder hochklettern. Das Ding ist, diese Koffer hier im Wasser sind nutzlos. Gut. Wir können uns die wahrscheinlich zum Land schieben. Dann klettern wir jetzt hier wieder hoch und sind theoretisch auf der anderen Seite. Und können dann zurückgehen und nach draußen. ...wahrscheinlich. Würde ich jetzt so logischerweise denken. Und dann holen wir uns die Kettensäge. Müssen wir bloß an Armsey vorbei. Wobei, Quatsch. Nee, müssen wir nicht. LOL. Das Öffnen des Artefakts. Das Öffnen des Artefakts. Oh mein Gott. LOL. Ich friere. Äh. Sag mal. Geronimo! Oho. Das hat funktioniert. Alter. Wie geil war das, meine Freunde. Das war so geil, dass die Folge zu Ende ist durch diesen Sprung. Ja, da haben wir doch noch eine richtig geile Videokassette gefunden. Und die Öffnung des Artefakts. Also es geht hier um ein Artefakt, das etwas ausgelöst hat. So viel konnte ich dem Wiki auch schon entnehmen. Ich weiß aber nicht weiter genau, was es ausgelöst hat, werden wir eventuell noch herausfinden. Wir sind auf jeden Fall schon gut weit, schätze ich mal. Ähm, wir haben jetzt die Climbing-Eckes, das heißt, wir können jetzt in zwei Höhlen tiefer vordringen. Einmal in dieser Höhle, wo wir den Armsee besiegt haben, also beides auf diesem Teil der Insel. Und dann sollten wir alle Höhlen erkundet haben, außer die im Schneegebiet. Ja, das heißt, wir sind gut vorangeschritten. In der nächsten Folge gehen wir dann uns die beiden Höhlen angucken. Und dann schauen wir mal, was uns da so erwartet. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dahin, gehabt euch wohl und haut rein! Bis dahin, bis dahin, bis dahin, bis dahin. Bis dahin, bis dahin, bis dahin. Bis dahin, bis dahin, bis dahin, bis dahin.